Willkommen zurück zu StarCraft 2 Wings of Liberty Ich werde jetzt als aller erstes mal hier einen neuen Raum hafen bauen und die nächsten Upgrades Kreuzer einsatzbereit Ach, wirklich? Wunder Er denkt auch, ne? Was ist los? So Was haben wir da? Ja, da haben wir noch ein paar gefangen, ne? Da kommen wir aber so nicht hin Da kommen wir auch nicht so nicht hin Räumen wir hier noch ein bisschen auf Da ist er noch ein Angeblicher Wächter Sack dort Sack dort Sack dort Große Flotten Ja, wir brauchen kein Geld mehr Wir machen das Easy Goin jetzt Da unten erstmal hin Jawohl Ja, Commander Kurs ermittelt Wird gemacht Geschwader unterwegs Ja, lass mal hier unten hin Da Da Dann Hopper Erweiterung fertiggestellt So Von Bei denen Bei denen Bei euch ein paar Vikings Alle Mann von Bord Ja, Commander Ich muss mal ein Eisgut wird zerstört Jetzt machen wir das Ding kaputt. Wir haben abgefahren. So, dann machen wir das. Da ist dieses Motorschrift Ding. Durchgeführt. Was ist los? Ich bin nach Hause da. Und durch den Koloss. Wir müssen nach Hause. So, und noch ein Kreuzer. Ah, nicht genug Wispingers. Ich bin die Finsternis. Ich bin lediglich ein Schatten. Da, 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 da. Ich wüge mich. Weil dann sieht er mich nicht. So, und der repariert jetzt unsere Schlange. Ich bin nicht erschöpft. Oh, der sieht mich doch. Fasziniert. Im Namen der Leere. Ich bin die Klinge von Shakuras. Da oben, die. Die stört mich. Machen wir hier mal den Saft weg. Mach mal hier mal den Saft weg. Ich bin lediglich ein Schatten. Ich bin lediglich ein Schatten. So, er geht weg. Da kommt. Du bleibst hier. Da kommt. Und nun? Immer langsam. Ich sanne mich ins Fjord. Oh, der ist zerstört. Alles kalt. Oben oder unten? Sie wünschen? Ach, wirklich? Hier geht's jetzt mal. Das Ding lässt. Kreuzereinsatzbereit. Transformationssystem. Dann lasst uns mal loslegen. Und nun? Auf geht's. Was auch immer. Kurs ermöglicht. Pulverisiert. Pulverisiert sie. Waffen geladen. Waffen geladen. Beginne Bomber. Okay. So, jetzt müssen wir direkt hier erstmal hier den Schild ausmachen. Unser. Es sind immer noch 6, ja. Unser. Vorher. No. Unser. 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 Ja, dann machen wir diesen Schnellblatt hier. Vikings, los geht's! Ich sollte mal einen wieder wegbauen, um einen Bauer mitzunehmen. Immer die beiden Bauer mitbauen. So, da ist überall einer. Schauen wir mal. Wo ist denn hier der nächste? Da hinten ist einer. Schauen wir da hin. Weile ich den Einheiten. Es kann losgehen. Schakul in... Freit erst mal den hier. Jetzt kommt damit. Wo ist der Notfall? So geht's. Bin gleich da. Auf dem Weg. Alles Bestes. Und rauch mit uns. Was ist los? Bereit für den Krieg? Auf diesem Standort gibt es nur geringe Mineralienvorkommen. Zusätzliche Mineralienvorkommen folgen in der Nähe vor Ort. Geschwader unterwegs. Schön. Meine Klingen dürften nach Wache. Wo sind die anderen? Illusion. Und dann. So. Das Ding muss weg. Das Ding kann man theoretisch mal wegmachen. Was steht da unten? So. Damit die überall dran kommen. Und dann. Beende ich gleich den Part. Ja. Dann warten wir jetzt erst mal. Bis es hier weiter geht. Hier die Kolosse. Das Ding muss weg. Was ist denn da? Was ist denn da? Das Ding muss weg. Was ist denn da? Das Ding muss weg. Das Ding muss weg. Oh nein. Oh nein. Ich bin lediglich ein Schatten. Im Namen der Leere. Du gehst irgendwo in Sicherheit, stell dich am besten hier hin. Gehst hier runter, gehst hier runter und dann brauchen wir noch schnell das Ding weg. Oh, jetzt, nein. Hier geht's jetzt erstmal weg, hier drauf. Okay, Energie, was auch immer. Wird gemacht. Geschwander unterwegs. Gut, weiter geht's zum nächsten. Verstanden. Da hat er noch genug Leben. Ja, Commander. Wo haben wir das denn, hier hinten? Jawohl. Warum? Was ist los? Ja, Commander. Sie möchten das? Ja. Das darf mir nicht jetzt nicht aussehen. Da wird ihn nicht aussehen. Wie schön wird das? Alle Mann von Bord! Wir warten nur auf Sie! Alle Mann von Bord! Die Beine sind so draufgegangen. Nein! Scheiße! Einen hab ich noch. So, jetzt lauf ich hier unten rum. Und hol das letzte Ding an. Ich bin lediglich ein Schatten! Ich halte nicht! Na komm 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 komm! Ich füge mich! Da sind noch Mineralien! Katun! Alle Mann von Bord! Kreuzer Einsatzbereit! So! Jetzt haben wir das gemacht! Jetzt hängen die hier hinten drinnen fest! Egal! Jetzt müssen wir nämlich hier mit! Ich halte mal ein Eilern! Und dann... ...setze ich dich hier rüber! ... 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 Nimmst du den mit? Den mit? Kommst mit? Robber! Darf sonst noch was sein? So, jetzt machen wir da noch ein paar Moodle hin. Nicht genug Energie. Ähm... Und dann... haben wir das soweit auch in Ordnung. Da haben wir lang. Lauter! Ja, Commander! Das Zeug geht noch damit hin. So, dann ist das erstmal safe. Und du gehst den Rest noch mal hin. Basis wird angegriffen. Ja, ich bin nicht. Ich bin nicht. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. ganz jetzt kann man wieder eine große Flotte machen mit einem Viking R2 geht dahin so, dann haben wir hier genug und eine Mule jetzt baue ich mal eine Flotte für den letzten Schlag da muss man das so bauen geht den mal auf den Boden mach den mal weg A A A da na komm, dann muss man das verstehen hoch 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 vor hoch hoch und brauche diese. Ich schaue mal ganz kurz, ob ich ein paar Headpoints machen kann. Na, das kostet zu viel Mineralien und alles, die Einheit. Lassen wir das. Lassen wir das. Oha! Ups! Ja, das war's. Dann wird der Wack. Okay, Töpfe tun. Und dann gehst du da abbauen. Ja. Und nun. Und nun. Und noch so ein Raumfliegerbauen. Meldebereitschaft. Aus der Bahn! Und dann da. Ja, ja. Gut, jetzt müssen wir upgraden. Brauchen wir das Pingas. Wollen wir da noch was Pingas? Da oben haben wir noch was Pingas. Da oben komme ich nicht hin. So ein Mist. Du kannst dich noch da oben hinsetzen. Oh, und wie viel das Pingas da noch liegt. Lieber Herr Gesangsverein. Da, 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 da. Oh, hört sich nach dem Ernst, Mann. Und jetzt mal das auf 3. Wer hat die Flotte gerufen? Immer noch zwei kleine. Ich höre, Commander. Was ist los? Was macht der denn Schaden? Schaden gegen gepanzert 18. Der. Schaden. Okay. Gegen gepanzert 12. Okay. Okay. Dann sollten wir gleich dann ausgerüstet sein, um sie dann zu vernichten. Schaden wir den noch mit. Schaden wir ein paar Leben. Da oben liegt noch mit der Heiligen. Gar nicht so weit. Ah. Hier ist der Heiligenfeld. Hier ist der Heiligenfeld. Halleluja. Bitte nennen Sie die Arzt des medizinischen Notfalls. Das ist ja eine wahre Epidemie. Wo ist der Notfall? Da haben wir noch gefangen, ne? Müsste ich da noch befreien. Koordinaten übermitteln. Wird gemacht, Commander. Koordinaten empfangen. Ami-Ref-Formation meldebereitschaft. Ich muss mich eigentlich nicht sehen. Ich bin schon nicht böppen. Na? Da fehlt gar nichts mehr zum Glück. Maximaler Schub. So, und wie es ausgeht bei StarCraft 2 sehen wir im nächsten Part. Ja, von StarCraft 2. Ist ja logisch, ne? Bis dahin. Ciao. Ja, hat man gescheitert. Aber dem dann geht's noch einmal real. Das war ja wirklich schnell. Frau von Ioloi schon wiedermelde. Das war ja, wir sehen uns vor, eben immer weiter. So, als ich da Zeit geht,